Die Jungs machen sich warm. Das ist das HSV-Ballett. Muss ja sein bei dem Scheißwetter. Das nützt ja nichts. Oh, jetzt auch noch ein paar Sprints. Sehr schön. Und noch mal Gas jetzt. Gas und links und ab. Aber Riesenballett, mein lieber Kollege. Aber erst rein. Ja, alle dabei. Ja, schön. Du kannst dich auch kaum erkennen mit den Vermummungen. Ja, aber wie gesagt. So, jetzt macht das Schluss, glaube ich. Und dann geht das hier gleich los. Alles klar. Aber das Aufwärmen muss sein. Sonst sind die Muskeln wieder in Arsch. Und alles andere auch. Alles klar. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag. Und dann wollen wir sehen, was das Morgen noch bringt. Das letzte Training. Und dann geht das das Amtswert. Und dann will ich Vollgas sehen. Und nichts anderes. Kein Ballett, sondern Vollgas. Alles klar. Und nur der HSV.